was ist das denn das denn was ich bin grad geschwebt geschwebt ja die hatte ich auch schon ich raff es nicht guck mal hier ich konnte grad hier hinterlaufen was war das denn ist dahinter irgendwas kannst du mal ein gimli oder irgendwas vielleicht kannst du mich irgendwo hinwerfen wie hier pack mich mal kannst du mich packen kannst du mich immer packen ich verstehe es nicht ich werde mal nach unten gucken kann dass man bis zum das mal bis zum ende durchlaufen hinten bei den wo wir laufen müssen weil es nur zwei tun nein das sind keine zwei wir können nicht mal zurück aber die über den hobbit nicht kommen gab es nicht irgendwas im hintergrund ich weiß sie können wir nicht mehr zurück fuck it man das darf doch nicht wahr sein ja dann lauf weiter machen wir das jetzt mal bis zum ende aber ich habe da nichts gesehen schlagen kann man nichts laternen kann sich kaputt machen sonst gewünsche kaputt machen wenn meine augen ich kann nicht weiter nach links geht aber in diesem baum ist auch nicht komplett kaputt gegangen ich hoffe das ich weiß nicht ich weiß nicht komisch schade scheiße willst du kurz nachgucken wo die ist ne komm mal jetzt einfach wir notieren uns das einfach hier erste mission erste mission nachstellung eine truhe fragezeichen warte du kannst jetzt wir können jetzt nicht mal fallen komm wir fahren einfach hier runter da springt er aber wieder raus das ist jetzt suizid geschützt das ist jetzt suizid geschützt ahirgendschieter ok scheiße das darf doch nicht wahr sein aber jetzt können wir erst mal die die quest abgeben würde ich sagen erst mal eine prä ja hier lande lande man in der kochtopf ja und diese diese kochmütze braucht man doch auch wenn ich mich nicht irre warte mal warte mal stört man nicht die dritte ok der torbahn ich glaub die haben wir schon mal abgegeben die kochmütze nur eine andere eine andere Art und Weise ja ich glaub das war auch irgendwo äh bei rohan hier in dem wald da die quest war das da kann ich mich noch und ango an wald ok dann gehen wir nach Bre Brezel 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 Mainz was ist das hier für ein scheiß Zauberstab wo ja das kein Zauberstab das für wenn die über den Fußweg so gehen über die Straße über die Kinder halt stopp ja jetzt rede ich da sollen die Fußgänger stoppen das merkst du aber schnell der tickt voll langsam 90,9 so jetzt kochtopf bitte den den scheiß Topf ey bitte Mongo nur ein Mitri Stein musst du 100 für geben ey da wir haben da da ok ha mit bald ich hab dich nicht getroffen warum ich weiß ja nicht nehmen greift nicht an ja dann können wir noch eine quest abgeben haben wir noch einen gegenstand gefunden wenn wir eine finden wir haben noch einen entwurf gekriegt warte mal können wir in die schmiede zurück schmiede 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 des glücks da ist er hier läuft einer stopp ha mir folgt einer ist auch böse so äh wo ist der entwurf den ich bekommen habe wir haben doch einen entwurf gekriegt ja oder etwa nicht ne doch nicht doch den ich gefunden habe dieser bogen ne das den hatten wir schon ewig gibt es hier immer eine zweite seite oder was nochmal hinten die twiggers geht nicht warte bin ich jetzt blind hä wir haben glaube ich gar keinen bekommen was ein bug keine ahnung da gibt es eine zweite schmiede eine zweite schmiede genau ach scheiße wir müssen erstmal hier raus 91 prozent haben wir noch neun prozent alter ich hab nie den reiz das heute zu ende zu machen pf pf und dann kein sound aufgenommen alter weiter mit scheiß qualität und so und neun stunden wir haben extra eine testaufnahme gemacht das müsste alles passen uns fehlen noch zwei rote steine und sogar eine mission mit wahren anteil und zwei entwürfe neun truen nur noch das ist gar nicht so viel ne ja wir sind fast am ende aber voll viel miedrigsteine noch alter 42 noch in zwei entwürfe äh 32 tschuldigung ähm ok warte mal ich kann nicht auf die karte weil du da drin bist das ich nicht ok sehr welche mission wollen wir jetzt machen die eine die wir eben verpackt verpasst haben oder wollen wir ein anderer machen hm gute frage da hat er speziell ich keinen bock über die zu schrauben da mit ihr alles ja da hab ich nicht alles passt von karo dran wo ist denn die 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 mission mit ähm kein wahren anteil ja keine ahnung such die mal toll da juhu die haben wir aber auch schon gemacht ja warum haben wir den wahren anteil letztmal nicht bekommen keine ahnung dass die machen haben wir die extras da nicht aktiviert dass wir so viele punkte bekommen wahrscheinlich dammit das heißt wir müssen jetzt nur ein wahren anteil erreichen ja wenn wir eine million haben brechen wir einfach mal ab ok ich will wissen ob das reicht ok ok also einsteiger brauchen ja ja eine 10 stuttmünze einsammeln dann haben wir genug ist das das einzige was uns fehlt ja den wurf hatten wir schon um sowas voller schlechte witz ey fertig das ist das arm ey das ging richtig schnell ok wir haben keine million was ja aber hast du nicht grad den sound gehört achso der war schon ja der kam gerade ah wahre abenteuer ok guck jetzt kommt krimi noch ein mietrichstein oder ja 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 oh mein gott das ist eben schlechten film das ging schnell das habe ich schon mit 91% etwas komm mal eins komm 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 hä wohl ist angezeigt hier ne hä ne nein das war noch am laden komm mal vier hey what so viel what the fuck ey jetzt werde ich gerade voll hibbelig hibbelig ha wohl den entwurf haben wir den heißt das dass wir den entwurf haben oder musste das so ein haken sein ja guck mal bei den anderen warte mal ich weiß es nicht eins von eins ne den haben wir noch nicht gekriegt the fuck da fehlt uns eh noch ein gegenstand ja wir müssen da hin Einfach hier hin? Jo. Okay, go. Oh, ich hab die Geschichte, glaub ich, gemacht. Nein! Scheiße! Geschichte. Ich will die nicht machen. Überspringen. Überspringen. Und Neustart. Mach Latt schneller. Fuck PC. Zu langsam. Überspringen. Kann ich nicht überspringen? Komm, geht das nicht. Weil das Geschichte ist. Komm. Das hat mir das letzte Mal schon, ne? Ja, das hat mir schon mal. Ähm. Hä, da haben wir doch den Entwurf. Ja, vor der Anzeige gebackt. Hä? Ich hab das nicht. Das ist irgendwie komisch. Wo fehlt uns jetzt doch denn? Und wie viele Entwürfe fehlen uns noch? Zwei. Zwei? Lass mal gucken, wo die sind einbeißig. Das ist die letzte Emission gewesen. Die letzte? Ja. Da haben wir den Entwurf nicht gekriegt? Ja. Ah. Ja, dann... Warte, dann können wir ja gerade mal gucken. Die hier? Ja. Ja, ach so, das ist so transparent. Okay, dann... Lass doch die schnell machen. Müssen ja nur nach hinten laufen. War das? Stimmt, richtig. Alles andere haben wir ja. Ne, da fehlt... Eine Truhe fehlt uns auch noch. Ja, dann gucken wir halt da ein bisschen. Ja, ein bisschen gucken. Frei spielen müssen wir alles nur noch von vorne gucken. Ja, und? Frei spielen. Ja. Okay, fangen wir einfach an. Weil ich nie mehr... ...undnützlichen. Ich nehme ein, der buddeln kann. Wobei, das kann ja some schon. Ähm, was brauchen wir denn noch oft? Bogen. Bogen. Okay, ah, Legolas. Rechts oben. Sehr schön. Weil dann brauchen wir nicht immer ständig auswählen, ne? Alter, hätte ich nicht gedacht, dass wir heute schon... ...dass wir schon so weit sind. Habe ich gar nicht so im Kopf. Nicht? War auch nicht im Gefühl. Ich... Ich habe noch gar nicht das Gefühl, dass ich das Spiel jetzt mal durchhabe. Also komplett durch. Komplett durch. Könnt der auch erstmal hier runter. Was? Könnt der auch erstmal hier runter. Das geht nicht, ne? Cool, jetzt kann man nirgends mal mehr runterfallen. Leute. Aber ich... Lava. Im Mund gegen Lava ist man noch nicht. Ah, scheiße. Was kann ich hier hoch? Wo ist es denn hier? So, wir müssen eigentlich nur die Truhe finden. Und dann... Ich... 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 Ich weiß noch nicht, wo die sein sollen. Alles klein. In einem Geheimraum? Das ist scheiße, wenn man nicht weiß, wo die ist. Hier müssen wir uns was draus bauen. Scheiße. Guck mal, guck mal da unten. Ich auch. Das ist so geil, ne? Ich auch. Oh, weee! Komm, gelässt kann man schon unvorsichtig sein. Kannst du das kaputt machen, alles? Das ist der, ja. Das hatten wir aber schon mal, oder? Hatten wir es schon mal? Ja. Okay. Da hast du gesagt, er kann sich treffen. Ja. Ich hab schon. Weiß hab ich das für dich gemacht, oder? Ah, nein, jetzt brauchst du schon wieder eine Angel, ey. Was machst du? Wir haben halt so viel Glück gemacht. Dann schalten wir es bekommen. Wir müssen ein bisschen auf die Hinweise achten, weil wir haben die ganzen Extras an. Ich höre aber leider nicht, wenn es so die Junge macht, oder wie so, wenn es mit Ruhe in der Nähe ist. Gibt es da einen Sound? Ja, ja. Läuft. What the fuck? Ah, Hilfe. Hast du eben auch gesagt. Geburtsdiefang. Geburtsdiefang. Ja, ja. Ich bin auch gesagt, ich kann jetzt gar nicht da runterfallen. Können wir alles gucken? Wie? No, no, ich soll das denn. Buggy Buggy. Das kannst du so unfassig sein. Ich war die eine Drohle doch hier bei dem kleinen Minispiel. bei der Höhe oh Gott das ist schlecht bei welchem Minispiele hier oben da ist da der Raum, der andere, die Sauna nein, da gibt es keine Sauna das ist hier das aber da hat ich muss mir ja noch weiter meiste das sind zwei Truhen oder was keine Ahnung ups scheiße du bist so geübter als ich genau, versuch einfach mal ganz nach oben zu kommen immer weiter, immer weiter hier kommt nichts mehr nach scheiße, ah ok, es geht nicht ne, ich glaub auch nicht, dass es ich mein, da hast du ja schon eine gefunden gehabt hier ist auch nichts da müssen wir nur schieben ist das aber noch eine lobtige Stelle ne, ist nichts weiteres ich darf es schieben, ah, hast du Angst vor Wunkeln ohohoho ja, was war das denn ja, was war das denn das da oben müssen wir kaputt machen, ne das da, das das da oben 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 das da oben